So, liebe Leute, da wären wir wieder. Disney Speedstorm, Adventskalender 3, der dritte Tag. Wunderbar. Und ich denke mir die ganze Zeit, da war ja was, stimmt. Ich habe nämlich auch einen Adventskalender, aber ich habe kein Türchen noch geöffnet. Und jedes Mal, wenn ich Speedstorm starte und den Adventskalender sehe, denke ich mir ja, ah ja, ich muss das ja auch noch öffnen. Und ich werde es wieder vergessen und morgen weiß ich wieder, ah Tag 4. Es ist ein Teufelskreis. Absoluter Teufelskreis. Dritter Tag, meinst du den zweiten? Ja, im Spiel ist es der dritte, weil es morgen erst wieder resetet wird. Deswegen, ja, könnte zur Verwirrung, ja, könnte zu Verwirrungen führen. Stimmt, heute haben wir den zweiten Dezember, aber für Disney Speedstorm gibt es halt schon, für Tag 3, weil morgen ja erst der Reset ist. So, ansonsten gibt es hier nichts. Die Truhe kann ich auch noch nicht öffnen, erst in 11 Minuten. Okidoki. Was haben wir denn an Dailies? Verteidiger und Schwindler. Okay, okay, okay. Balou müssen wir noch zwei Rennen machen. Okay. Vielleicht können wir gleich da ein Rennen machen. Öffne jetzt, oder? Nein, jetzt will ich zocken. So wichtig ist es jetzt auch nicht. Du kannst mir trusten. Warte mal, ich muss noch mal schauen. Schwindler, Grindpipe. Verteidiger, Rückwärtsfertigkeiten. Okay. Schwindler. Schwindler wäre... Daisy. Anna. Wäre eine Schwindlerin. Könnten wir fahren. Fahren wir. Let's go. Ich habe heute den Tee Heiße Kirsche für den zweiten erhalten. Ja, nice. Ein Tee-Kalender. Cool, cool. Ich will aber auch wissen, was drin ist. Ich habe da so einen Schokoladen-Adventskalender. Da ist nichts, nichts Besonderes. So eine kleine Schokolade halt, ne? Den habe ich schenken bekommen. Von meinen Eltern. Das ist ein Schokoladen. Okay. Okay. Hey. 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 Huh? Nanananananananananananananana. Try and catch me. Oh, yeah. Nananananananananananan. Huh. Hu. Hm. Huh. 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 Wir wissen, was für eine Schokolade... Ich habe keine Ahnung. Ich gehe auch davon aus, dass es so voll Milch irgendwie ist oder so, ja. Ich kann es dir echt nicht sagen, Robsoff. Also Bitter-Schokolade auf keinen Fall, weil meine Eltern wissen, dass ich keine Bitter-Schokolade mag. Zumindest ungekocht nicht. Gekocht ist es okay. Ich weiß auch nicht, warum. So, das heißt, wir haben jetzt das eine fertig. Verteidiger, zehn Rückwärts-Fertigkeiten jetzt. Okay, am besten vielleicht noch Balloon, ne? Oh, hier sind wir fertig mit denen. Schon fertig. So, Verteidiger, Elisabeth Swann. Jawohl. Oh, hier sind wir. Remember! Jetzt kriege ich aber keine Rückwärts-Fertigkeiten. Das ist das Problem. Ja. Das ist keine Rückwärts-Fertigkeit. Ich hätte irgendeinen anderen spielen sollen. Ha! na 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 Zwei Fertigkeiten. Goodness, 24 Getränke, von ich schon wieder tausende hab. Verdammter Biber. Hier, Schang. Oh, Schang, wir können es machen. Die, 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 die. No, 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 no. Boah, wir haben gerade einen harten Soundbug. Die üblen Soundbug gerade. Nutzt Schang einfach nicht. Aber er ist Verteidiger. Aber im Moment scheint er echt nicht. Warte, wenn ich es nochmal mache. Vielleicht verschwindet dann der Alte. Oder es deckt. Der Sound deckt vielleicht. Jetzt haben wir zwei. Na, oder? Wie nervig. Oh Gott, ey. Ja, aber ich muss ihn nochmal spielen. Obwohl, warte, vielleicht können wir auch hier Christoph oder so spielen. Warte, sie ist Schwindlerin gewesen. Christoph ist Verteidiger. Oh, Mann. Ich habe echt Schiss ein bisschen. Die Eiswürfel zu verwenden. Aber ich glaube, es ist okay. Ich glaube, es ist okay. Ich meine einfach mal auf 20. Konutius, Servus. Ahoi, Ahoi. Heute habe ich sie nicht überlesen. Yes. Oder machen wir ihn gleich auf 25. Komm, machen wir ihn gleich auf 25. Die haben das eh verbessert. Wow, wirklich? Fascinating. Wow, na, na. Really? Oha, was? Warum kommt kein Alert? Danke, Konutius. Ich weiß nicht, warum kein Alert kommt. Hä? Warum kommt denn kein Alert? Ups, nein. Was ist da los? Hä? Warte, warte, warte. Das geht nicht. Das geht nicht. So nicht. Warte, warte, warte. Es könnte sein, dass Stream Elements wieder spinnt. Die spinnen in letzter Zeit. Ansonsten kann ich da nichts machen. Ja, die Seite ist down. Ich habe nur weißen Bildschirm. Man sieht es wahrscheinlich an mir, weil ich bin so ausgeleuchtet auf einmal. Dieser weiße Bildschirm. Scheiße. Ey, sorry, Konutius. Aber vielen Dank für die 10 Brösel. Ich werde es später nochmal abspielen dann. Das Jo. Wenn die Seite wieder geht. Oh. Einfach zwei Minuten Verzögerung. Da war es. Da war es. Dankeschön, Konutius. Jo. Vielen lieben Dank. Jetzt ist es gegangen. Zwei Minuten Verzögerung. Oha. Ja. Jo. Dankeschön. Oh yeah. Mann. Oh Mann. Herkules geht dran. Oha. Jetzt gehen wir aber ab hier. Jo. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön, Konutius. Und auch ein herzliches Jo an dich Eddie ist auch wieder am Start Servus Alles tut die Frutti bei mir Danke und selbst Ahoi Ahoi Eddie Jo Danke dir Alles gut Sehr schön So muss das So muss das Oh wir haben nochmal Wir schalten Wir schalten Elsa Finally frei Nice Die haben nochmal 15 Eiswürfel Das gibt es ja nicht Und Gronutius Prost Auf die Gesundheit Auf euch Liebe Leute Ludwig Guten Abend Der Herr Ahoi Ahoi Sauf Sauf So zwei Betäubungen brauchen wir Viermal manueller Boost Merken Zwei Betäubungen Am besten mit ihrer Ult Ich glaube geht bis 10 Mal Dann haben wir sie Mir fehlt nur noch eine Eine Scherbe mit ihr Ich habe schon neun Stück jetzt Das heißt Wenn ich das jetzt schaffe Dann haben wir es Jo So eine Betäubung haben wir Warte warte Oh nein Ich habe verkackt Jo Yes Wir haben es Oh das ist ja eine geile Attacke Willst du einen Schneemann bauen? Ich glaube ich sollte nicht zu viel springen Das bremst mir ein bisschen Okay Wo Wuh Konutius Dankeschön Ok, schauen wir mal, ich brauche noch 8 Stück, find ihr einen Strahl cool, ja, der ist richtig nice, ich glaube sie wird auch ziemlich stark werden, so mit der Zeit, ne, nice, da haben wir es, und der letzte Charakter, jetzt haben wir wieder alle Charaktere freigeschalten, wunderbar, wunderbar, da sind wir noch unter den Top 10, da sind wir auch noch unter den Top 10, da haben wir noch alles, sehr gut, Dankeschön, Eddie, danke, danke, so, hier sollte ich jetzt Baloo spielen, grind pipe, ok, Baloo, bum 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 oh yeah Baloo Baloo I am professional Probier's mal, was denn? No, 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 no Mit Ruhe und Gemütlichkeit Hey, Caldo Servus, servus Nanananananana Boah, nee Dieser Remix ist so schrecklich Ich find den Remix so schlimm Hu, ha, hu, ha, ha Ding, 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 ding Wie geht's? Wie steht's, Caldo? Shit, ich hab die Grimpipe nicht Ordentlich Nicht flommen Nanananananananananananananana Uuuuiuiui Uuuuiuiui bis herr! alles ok soweit sehr schön bei mir auch alles tutti futti dankeschön dankeschön alles super hat mir zu scharf gegessen und hat gleich einen remix gemacht vielleicht war es aladdin vielleicht war es der aladdin man weiß nicht gz eddi nice nice bei mickey maus brauche ich nur noch 13 scherben und dann haben wir ihn auf sternlevel 5 ich bin gespannt was dann passiert mit den scherben kriegt man wahrscheinlich auch wieder dann saison münzen jedes mal wenn man dann mickey maus scherben bekommt weil fünf ist ja dann maximum im grunde mickey und freunde drift booster ok das ist eindeutig ein fall für goofy würde ich sagen der goofmann let's go goofmann groovy und max max ist glaube ich nicht dabei aber ich glaube als crewmitglied gibt es max ich bin mir jetzt nicht sicher was kann man eigentlich mit schnitzel machen du kannst in die pfanne werfen und sounds abspielen das geht ja da haben wir ein paar sounds aber ich weiß nicht ob das dein fall ist ich weiß nicht ob das dein fall ist genau das ach ja wo habe ich alles ich weiß gar nichts das coole ist dass man hier jetzt auch münzen bekommt na das ist sehr sehr gut ein sound kostet halt 4 4 schnitzel so wie nehmen wir denn bitte was bonus mula ich habe mich so das gefühl dass sie das noch nicht resettet hat von gestern kann das sein aber wie sehe ich das da gab es ja da gab es doch zwei cooldowns inselmensch 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 wie viel ist das 150 sind das 150 ich glaube es war 150 ich glaube es war 150 gell ja sind eine menge bitteschön inselmensch bitteschön inselmensch du musst du musst rufzeichen sinds eingeben ludwig follow age gibt es nicht geht nicht bei mir aber das stimmt das seit sechs monaten vor sechs monaten bist du erst zu uns gestoßen ohne scheiß beim inselmensch habe ich schon das gefühl als würde ich ihn seit zwei jahren irgendwie schon kennen irgendwie das ist so schlimm ich weiß nicht warum ich meine ihr könnt auch ihr könnt auch einfach auf euren namen klicken dann seht ihr es auch hier tatsächlich inselmensch volkzeit 18 mai 2023 holy moly na 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 gut ich lass das glaube ich noch ich habe so das gefühl dass sich das resettet weil ich weiß am ersten tag gab es zwei cooldowns ich warte noch ich warte noch und das hier hat sie auch resettet da war noch valhalla content ja das stimmt valhalla haben wir sehr lange gespielt das war auch ein riesiges game uh mogli nur noch fünf ah nur noch acht da waren fünf sehr gut Anna nehme ich auch gleich mit den Rest lasse ich joo wie schaut es aus mit dem mit der kiste ha komm gib mir elsa elsa gibts elsa überhaupt nein elsa gibts hier drin nicht verdammt verdammter bieber shang den verpackten shang haben wir gekriegt super kennst du den Trickfilm noch Captain Baloo und seine Tollkinder Crew na klar klar haben wir gestern eh gesagt ähm vielleicht vielleicht kommt dir irgendein Skin oder sowas von Captain Baloo könnte sein ne alles ist möglich so ich werde mal wieder ein bisschen ranked spielen denke ich ich bin mal ein bisschen ranked inselmensch wirst wieder mitspielen im ready im ready ich könnte ihn verbessern ne ich lass ihn aber herzog 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 von pizbühl herzog von pizbühl ich kenn nur herzogig zuern wer kennt noch herzogig zuern wer kennt herzogig zuern der einzig wahre herzog der einzig wahre herzog ich sehr schön sehr schön totwart ja ja meine herrlichkeit ich bin ja schon da totwart war eigentlich voll der Liebe ne da gab es mal so eine Folge wo herzogig zuern ihn verstoßen hat und hat sich totwart direkt mit den Gummibären angefreundet ne das war eine coole Folge die gute Gummibärenbande totwart totwart Todi Stealth is always key da 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 Yes! Ha! Time to disappear. Ich finde das so cool, wie er sein Schwert zieht. Sie werden mich nie wieder sehen. Ha! Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Schon blöd, wenn man sich vom Bären auf der Nase rumhüpfen lässt. War da nicht etwas vergammelt sogar, bis er zurückgekommen ist? Boah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung mehr. Lustig und freundlich, so tapfer und gläubig. Fröhlich und freundlich kämpfen sie auch für dich. Fröhlich und frech weiß. Ich weiß nicht mehr genau. You never see me coming. Oh doch, mit der Map schon. Gummibären. Schon wieder die Map. Das Ding ist, er ist auch nicht wirklich unsichtbar, ne? Man kann ihn trotzdem schaden. Ich dachte am Anfang, das wäre sowas wie eine Unsichtbarkeit, aber... Das stinkt gar nicht. Anscheinend. Tschüss Olaf. Tschüss Olaf. Tschüss. Oh. Sie werden mich nie kommen sehen. Obwohl ich weiß gar nicht, ob man ihn dann sieht. Aber... Es ist nicht so, dass ich durch Hindernisse durch kann oder so, ne? Oh... Oh, meinst du. Wohin! Wohin! Wohin. Wohin! Ich habe dich. Ich habe dich! Ich habe dich in Ruhe, wenn du auch gut durch, du in Ruhe. Wirst ja unsichtbar und nicht unverwundbar. Ja zum Beispiel mit dem Unsichtbarkeitsitem wirst du auch unverwundbar im Grunde. Weil du kannst du ja alles durch, alles fliegt durch ihn durch, so das ist halt, ja, bessere Unsichtbarkeit, ne. Äh, ich hatte dir geschrieben, auf YouTube muss auch mehr Rankings spielen wegen dem Mehrspielermarkt. Ja, also die Events und Ranked, die geben die Marken, ja. Ja, das lohnt sich halt eigentlich immer, ja. Oh, warte mal, ich wurde eingeladen. Inselmensch. Hüpft er hier und dort und überall. Er ist fröhlicher, wenn du ihn brauchst. Das ist der Inselmensch. Let's go. Hast du vom Frattle ein Abo bekommen vor ein paar Tagen? Ja, der hat vor ein paar Tagen wieder was rausgehauen, da, ja. Hey, Party, Servus. Ich hab's schon gelesen. Dir gefällt, äh, Nordic Ashes, gell? Das freut mich, das freut mich. Und wie, sehr schön, sehr schön. Hätte mich geärgert. Weil da, da spreche ich eine klare Empfehlung aus und dann, gefällt's dir nicht, das, das hätte mich, glaube ich, ein bisschen geärgert dann, ja. Das war blöd von mir. Das war blöd von mir. Let it go. Die, 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 die. Wow. Ach, komm. Was ist denn das schon wieder für eine chaotische Runde hier? Immer auf der Strecke. Ich merk das schon. Boah. Boah, was? What? Wie hab mich da nichts erwischt und dann von hinten irgendwas? So eine Frechheit. Das gibt's nicht. Hiya. Hiya. Oh mein Gott. What the fuck? Von wo? Warum kommen so viele Pfeile? What the fuck? Es regnet schon wieder. Oh, was für ein Rennen das war. Das war ja eine komplette Fetzerei schon wieder. Das gibt's nicht. Das sind immer, das sind immer die schlimmsten Rennen. Aber auch die coolsten. Hey Patrick, servus. Das gibt's ja nicht. Ein ganz seltener Gast. Das ist ja unglaublich. Was treibt dich hierher? Interesting. Ich hab's vorhin angefangen, weil wir heute Morgen Besuch hatten und hab einfach zweieinhalb Stunden gerade am Steam Deck auf dem Sofa gespielt. Nice. Mein Tee ist kalt geworden in der Zeit. Hab einfach den Planeten verlassen mental. Das geht sehr, sehr schnell mit Nordic Ashes. Das stimmt. Das geht sehr, sehr schnell. Ein guter Anfang. Ich schau exklusiv Prime Content. Das ist ja unglaublich. Unglaublich. Aber freut mich, Patrick. Kannst gleich mitmachen. Disney Speedstorm. Auf geht's. Ist free to play. Marius und ich lieben es. Da-da-da-da-da. Die anderen aus der Clique nicht so. Die machen sich immer lustig. Aber die wissen ja nicht, was gut ist. Oh mein Gott, die Kurve ist ja immer eine Katastrophe. Okay, das ist wieder typisch Bumerang. Er fliegt einfach neben mir vorbei. Der typische Bumerang. Oha, Badek! Dankeschön, Patrick! Vielen Dank, Patrick. Dankeschön, Dankeschön. Too easy. Vielen Dank. Boah, mir ist so kalt, muss man Heizung aufdrehen und auch mal schnell nehmen, wenn wir ein OS machen. Wenn gerade es ist schon halb neun. Ja, das stimmt. Die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Aber ja, endlich liegt auch Schnee in Wien. Richtig gut. Ich war schon am überlegen, ob ich mir am Balkon einen Schneemann baue. Selbst auf dem Balkon liegt viel Schnee. Wenn du deinen Baust schickst, schick ein Foto dann. Ja, ich befürchte, der Schnee wird bis morgen nicht mehr liegen. Kannst du von deinem Balkon aus die Wiener Altstadt überblicken? Na? 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 Ich hab gehört, in Niederösterreich und Oberösterreich soll es super viel Schnee geben. Bei meiner Oma auch, richtig viel. Oh shit. Na, 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 na. Na, 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 na. Ich hab heute 35 cm dazubekommen. Na, sehr was. Das hat schon Bäume umgeschmissen, dass die Feuerwehr rausrücken musste. Ja, das ist dann blöd. Das ist natürlich dann blöd, ja. Nero kam heute Morgen von der Nachhilfe und meinte, Liebling, ich hab dir was mitgebracht. Bin in den Flur und da stand er ganz stolz wie ein kleiner Junge. Überbein und grinsen mit einem Schneeball in der Hand. Schnee von gestern! Was ist das? Das Kind im Manne. Das muss man sich immer bewahren. Das ist echt so. Das hält jung. Das ist echt so. Na, 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 na. Oh, go! Are there any jumps on this one? Got it! They won't expect this. Ready to go! Da 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 Na 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 Enjoy Time to disappear Watch this Was that me? Stealth is always key 100% They'll never see me coming Ach Scheiße Nicht ausweichen können Oh mein Gott Oh Ich hätte noch kriegen können Too easy Your prince commands you What? How dare you What happened out there? Witch 1 durch Oha Nice Kasuma Stark Oh Gott sei Dank hast du den noch gekriegt Inselmensch Sehr gut Das war die Rache Das war die Rache Das war die Rache Was ist da Ich hab das schon wieder aufgeschnappt Das gibt's nicht Hast angerufen Na klar hab ich angerufen Aber du hebst ja nicht ab Kasuma Ruf dich immer an Ok Hallo Ich bin zu langsam Ich bin Ja, das gibt's nicht. Er holt mich. Kurz vor dem Ziel. Verdammter Aladin. Bei uns fahren heute und morgen öffentliche NEMS, deswegen zu viel Schnee. Öffentliche NEMS? Achso, NIMA. Wahrscheinlich mein so mit NIMA. Heute und morgen. Da musst du ausbleiben. Musst ein bisserl zocken. Ein tragisches Schicksal. Blöd wär's, wenn man nix zu essen hätt zuhause, ne? Wenn man darauf angewiesen ist. Ich hol mir mal nen Kaffee, also nicht aufgehen. Okay, okay. Ja, EM-Europameisterschaft haben wir die Todesgruppe erwischt, ja. Ich hab vorhin nicht gesagt, aber wenn wir da rauskommen, könnte Österreich eigentlich Europameister werden. Aber ich glaub's nicht. Niederlande und Frankreich. Und ich glaub, die letzte Mannschaft, die dann noch reinkommt, wird auch wahrscheinlich nicht ohne sein. Naja. Was willst du machen? Aber besser gegen starke Teams als gegen schwache Teams, weil dann kann man nicht so enttäuschen, weißt? Gegen schwächere Teams denkt man sich, ah, die muss man schlagen, ne? So kann man eigentlich nur überraschen. Ich glaub, das ist eh gescheiter. Zum Beispiel, Deutschland kann eigentlich, also Deutschland kann eigentlich nur, also Deutschland muss weiterkommen, ne? So bei der Gruppe. Das ist ein Muss eigentlich, ne? Aber, ja. Das ist dann halt so ne Sache. Deswegen, ich glaub, das ist schon ganz okay. Wenn man Europameister werden will, dann muss man sowieso und dem ZUNE 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 Too easy. Das wird bei Deutschland das Problem werden, die müssen liefern. Ja, das meine ich ja, ne? Deswegen sage ich ja. Ich glaube, was das angeht, geht es uns eigentlich eh ganz gut. Also keiner erwartet, dass wir Niederlande und Frankreich schlagen, ne? So, das ist halt das. Boah, mal 50 Eiswürfel. Nice. Lang 20 gibt es ja 85, also mit denen liebäuglich eh. Deswegen spiele ich auch gerade Hans Ranked. Nur deswegen tatsächlich. So, ich muss gar nicht Diamond werden, ich will einfach nur die Eiswürfel. Aber das war so schlecht bei der Aladdin Season. Man hat so schwer dieses blöde Brot bekommen. Und da hat man wirklich geschwitzt, ne? Ey, ich hasse diese Map mit Hans. Das ist... Diese Kurven sind einfach so schrecklich mit ihm. Und da ist der Hazard. Hey, Hazard! Du Dreck-Sack. Warte, Hazard hier. Es regnet ein bisschen. Oh Gott, come on, ich habe es nicht mal... Na ja. Die Suche nur. gigantisch. Sie haben es geschafft. Ihrبي zu uns tippet ihr in Musik. ải-Sack. Sie sind Gerhard. You krieg. when they stand! Nee, ich werde sie Después pigeon Above Wälder. Oh Gott Bueno... Fürorter Sie sind sie sicher. Sehr gerne. Oh was? Das ist nicht wahr, das ist nicht dein Ernst. Meine Güte, ich dreh durch, ich dreh wirklich durch. Ich dreh durch. Ich dreh wirklich durch. Ich hasse die Map mit Hans. Irgendwie. Mit allem was da rumliegt, das ist wirklich. Das ist ein Grüßi-Müßi. Oder? Ich glaube das ist alles hier ein Grüßi-Müßi. Nach der Map bin ich so sauer, da muss ich einfach... Da muss ich einmal Luft in die Schnur-Giege reinhauen. Oder? Da muss ich einmal Luft in die Schnur-Giege reinhauen. Robsom lernt mir einfach Schweizerdeutsch, das ist richtig gut, ey. Wie viele Wörter ich schon von Robsom mittlerweile hab. Ganze zwei. Ich hab das Gefühl, als könnte ich Schweizerdeutsch fließend. Lobsom wen's. Hallo! Ihr Prince commands you! Watch your back! Hold them where they stand! Nanana nanana nanana... Hey! Hello! No! No! How is STARIkopus? In fünf Jahren zwei Wörter gelehrt. Ich glaube, ich wechsle den Beruf. Ich kann mich schon unterhalten. Man kann sich unterhalten. Man kann sich unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hazzar. Oh nein. Eat my dust. Ich kann Eat my dust drin haben. Eat my dust. Eat my dust. Too easy. Time to disappear. Ja, genau. Jawohl, noch ein zweites Mal. Warum nicht? Das gibt's nicht. Ich glaube, das wird letzter Platz. Das ist der letzte Platzengel. Warum schlägt er nicht zu? Oh Gott, Inselmensch. Oh Gott, oh Gott, ich will gar nicht vorbei. Ich brems. Du Dreck-Sackel. Oh mein Gott, ey. Du mit deiner blöden Hult, ey. Oh mein Gott. Nein, ich hab verkackt. Ah, ich hätte noch zweiter werden können. Keine Lust mehr auf Schwindler gehabt. Der Start ist da so schwer. Verdammt. Die Hult hat so viel Work gemacht in dem Game. Du hast mich dreimal zurückgeschickt oder so. Drei oder vier Mal hast du mich zurückgeschickt. Musst du mich immer wieder vorkämpfen. Aber ist auch echt schwer, da vorbeizukommen, ne? Der so viel Platz einnimmt. Und das eigentlich bei so einer breiten Strecke, ne? Jafar ist echt nicht zu unterschätzen. Spielen tatsächlich eher wenig Leute, aber ein sehr starker Charakter auch. Jawohl. Was, wenn ich abbreche? Ah ja. Ich mach dabei eine Runde allein, ja? Fahr deine Runde fertig. Musst nicht rausgehen. Ich möchte sowieso was nachschauen. Warte mal kurz. Ne, das bleibt. Ja gut. Dann nehm ich jetzt Jasmin. Wenn der Bonus da drauf ist. Oder ich warte noch ein bisschen. Nein, ich warte noch ein bisschen. Was soll's? Ich bin gespannt, ob das Spiel wieder abstürzt. Ich lasse es jetzt einfach mal. Ich starte mal das Spiel nicht neu. Ob ich noch Abstürzer hab? Würde mich interessieren. Ich geh auch, äh, das Risiko ein, dass ich Punkte verliere. Ich will einfach schauen, ob die das gefixt haben. Ich findain das. Was? Absolutt. Too easy. Watch this. Yes! Oh mein Gott, was mache ich? Ich bin komplett betrunken. Ich bin komplett betrunken. Auf ein neues. Ich bin komplett betrunken. Ich bin komplett betrunken. so ich muss schnell weg vom inselmensch ganz schnell weg vom inselmensch das war sogar der inselmensch das ist die rache gewesen jetzt aber das war nicht mal absichtlich du bist in mich reingerannt also reingefahren was wie viel scheiße da auf der strecke liegt das gibt es nicht ich weiß nicht wie viel scheiße ich weiß nicht wie viel scheiße holy shit die sind viel zu schnell die stinker ich selber haben die ich kriegte nicht da trifft er mich auch noch die dürften glaube ich ein höheres level haben was habe ich verpasst dass du ganz schnell von ihm weg musst er hat eine ganz fiese ulti ja das war eine üble üble lobby man hat es auch gemerkt bei den beiden davon zwei vierziger starke lobby war das die man da wischt haben wir haben eine stunde 15 und ich bin noch nicht rausgeflogen ich merke das mittlerweile auch schon ob es eine starke lobby ist zu viel am spielen sage ich ja ich meine du merkst es halt ne merkst es halt wenn du echt absolut schwitzen musst dann ist es meistens da sind meistens die gegner über dir nicht immer aber außer du hast einen aladdin einen guten spiel auf einem auf aladdin der kann ich auch zum schwitzen bringen je nachdem was du spielst jetzt habe ich nicht aufgepasst muss ich mich halt wieder vorkämpfen scheiße ja 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 Hey! Watch this Oh, Aladdin with a F1, no? Das ist immer gemeint, so kurz vorm Ende. Okay, überholen. Wow. Wow. The prince commands you. Der kann scheißen gehen. Okay. 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 Ja. Aber mir tun sie immer leid, ich lass die meistens dann in Ruhe. Weil die eh Lexa sind so, deswegen... Diese Jasmin da, ja. Die hat mich auch einmal erwischt mit Raja. 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 Raja Binks. Man kennt ihn. Es regnet. Wird sie sagen, wenn ich lohnen hier? Raja Binks. Scheiße, ich dachte, das geht sich aus. Ach. Verdammt. Ah, man sieht die Nähe unsichtbar. Tatsächlich. Kann ich euch beide? Yes. Oh mein Gott, aber die da vorne hat nichts gespürt. Und nochmal. Ja. Die spürt nichts. Ich treffe sie immer, aber die spürt nichts. Den Kampf Stat hat die, glaube ich, ganz oben. Boah, das ist aber frech, Inselmensch. Da hat er mich nicht erwischt. Wie gut das hier zwar. Nein. Too easy. Let me get back out there. Oh. 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 Er wollte mich unbedingt rammen. Aber war aber daneben. Oh. Oh. Das habe ich nie mitbekommen. Ich glaube, das sah bei mir nicht so aus. Ich glaube nicht, dass ich dich hier gegen die Wand geschoben habe. Boah. Aber so langsam reicht, das mit den Harnsultis. Also wirklich, das ist ja so nervig. Aber das ist meistens, das bin meistens nicht ich. Das ist meistens irgendein anderer auch noch dazu, ne? Aber ich muss diesen Pfeilen auch ausweichen. Das ist das Problem, wenn du mehrere Hansis in der Lobby hast, ne? Ja, einer von den 15 Hans im Spiel. Genau. Die Hansis. Das ist spaßig. Ich habe auch so das Gefühl, Inselmatch, mit dir kriege ich meistens stärkere Lobbys. Aber wir haben schon wieder zwei. Zwei Hansis. Also mit mir. Müsst ihr euch wieder sputen? Ich bin ja auch ein Stacked Player, jawohl. Ich glaube eher, du bist ein Kisten-Hitter. Ein Chest-Hitter. Ich vergesse das immer, ne? Aber dafür, dafür muss es aber jetzt regnen, hey. Für diese Frechheit muss es eigentlich regnen. Zwar kein H2O, sondern schöne Teile. Oh, da ist ja gar kein Ding dabei. Ey, ich komme nicht vorbei an der. Das gibt es nicht. Oh mein Gott. Oh, da ist ja gar kein Ding. Oh, da ist ja gar kein Ding. Oh da waren die wieder Da waren sie wieder Woh Spannende Rennen Spannende Rennen, muss ich sagen Wie viele Scherben man jetzt bekommt Das finde ich richtig gut Man bekommt so viele Ressourcen im Moment Warum immer die Map Ich meine ich finde die Map cool Aber nicht mit Hansi Irgendwie das hat mir zu viele Kurven Hier tatsächlich Ich glaube Oh mein Gott! Unmöglich, das zu verhängen! Unmöglich! Oh diese Kurve, ich hasse sie! Nein, blöde Pfeile! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ich hasse, ich hasse Elisabeth Swan! Ich hasse sie so sehr! Das gibt's nicht, ey! Diese dreckige Ulti! Oh! Boah! Das war echt, ey! Sorry! Vielleicht sollte ich auch 5 Level noch machen. Ich glaub, dann wär das nicht so eine Schwitzerei. Aber es geht auch mit 25, deswegen muss ich jetzt die Ressourcen nicht auch rauspäffern. Oh, nehm! Pah-pah-pah-pah-pah! Na, es war gar nicht wegen dir Ich gehe gleich wieder auf Anna, aber ich wollte mal ein bisschen raufpolzern Alles gut, es war gar nicht wegen dir jetzt Sondern allgemein halt Ich will mir halt einfacher tun, weil Weil viele halt Ober mir sind halt So, die Elisabeth Swan war ja auch gerade vor mir Also, ober mir Ist halt alles ein bisschen schwitziger, wenn man Lower ist Heißt aber nicht, dass es nicht geht halt Keine Ahnung, was das jetzt gerade war Was ist, was passiert? Ja, eigentlich Ich weiß gar nicht, was da passiert Oh mein Gott Was ist, was ist da? Da brennt ein brennender Sack hinter mir Hä, was hat mich da erwischt? Oh come on, was ist das jetzt? Ist nicht dein Ernst? Ja, GG Wenn sowas passiert Wenn sowas passiert, das ist Anlag hier einfach Ich weiß nicht, was mich da getroffen hat Keine Ahnung Ich weiß nicht, das ist ein Granitone Ich weiß nicht, was er will vielleicht noch so ein halbes stündchen macht gerade spaß ich schau mal wie viele ressourcen ich hier habe ich habe 416 handschuhe ich werde aber für elsa wenn ich auch noch einige brauchen wahrscheinlich ich lasse es rankunterschied maximum ich habe keine ahnung 10 15 ich weiß es nicht keine ahnung aber es geht schon also ich glaube bis zu 10 ist schon okay denke ich d 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 Are there any jumps on this one? You can't run from me. Brilliant. How dare you? Hmm. What is that? Oh come on. Hey, I'm going to turn through here. I think it's not going to happen anymore. I don't know what's going on here. Why do you take me? I don't know what's going on here. Don't do that. I don't know what's going on here. Hey, irgendwie, also gerade ist, ich weiß nicht. Ich bin gerade verflucht. Von unsichtbaren Barrieren zu komischen Situationen. Ich weiß nicht, was los ist. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Kommand's you! Hello. That's over. immerhin vierter die spielen pingpong mit dir ist echt so crazy gut aber die sind auch das war auch wieder eine starke Lobby 42er Jesse vielleicht muss ich wirklich hoch muss ich ihn wirklich hoch machen komm was soll's Eiswürfel haben wir ja genug im Grunde was den Aladin auspacken sagst du kannst machen warum nicht warum nicht so warte kurz noch noch edler hier noch edler der edle Hans oder deswegen deswegen hatte ich jetzt so schlechte Runden weil ich eigentlich hier Hans hab ne muss man schon ein bisschen representen so jetzt hab ich mich ein bisschen dir angepasst die zwei in weiß Aladin schaut aus wie Elvis die weißen Ritter schön aber die ganzen Pfeile hinwegfliegen ha 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 no hmmm okay ah no no for the southern isle mhm hello got ah holy shit haha 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 ich bin irgendwie falsch gefahren ja das ist die langsame Hä? was war das denn jetzt? Ey, ich dreh durch Ich Ich dreh durch WTF Fuck Too easy Stay down How dare you Mh 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 Das war einfach nötig Jetzt spielt man nur noch gegen 30er halt ne Schön allen weggeflogen und dem roten Scheiß gedutscht Dann packt der Inselmensch einfach den OPsten Char überhaupt aus Mh 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 Es wundert mich wirklich, dass die den nicht genervt haben, ne? In Season 5 Ich meine, dass sie ihn in Season 4 so lassen, okay, aber Season 5 hätten sie ihn schon nerven können, ne? Genug Schabernack, jetzt wird Teppich geflogen und ich bin wieder nicht im Rennen Ah doch Jetzt Ich glaube ich muss da immer abbrechen dann, damit ich reinkomme Der Bohnenexpress, genau Hier kommt der Bohnenexpress Mh Woh Points in Style Woh 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 Oh. Oh. Fire. Stealth is always key. I'm just warming up. Da 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 da. Da 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 da. Ich will Rank 20. Ich mach das noch bis Rank 20 und dann mach ich noch die letzte das letzte Event und dann werden wir das Spiel wechseln. Und sie haben es anscheinend gefixt. Mit dem rausfliegen. Bin ich richtig froh drüber. Gut. Gut. Wantz? Gut. Gut. Enjoy! Let's do it! Let's play! Here I go! Too easy! No! Stop them! How dare you! God, fire! 100% Uh-huh, so sorry! What? Hey! Hey! Watch your back! Yes! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uh-huh, so... 宇ppen- Ah... Yes! Time to disappear! Oh... Honored... Boah, war das ein Riester? Ja, nice. Oh, geil, 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 geil. Nach den letzten Rennen ein schönes Erfolgserlebnis wieder. Ja. Aber man merkt, ich weiß nicht, ob es am... An den Start von Season 5 jetzt irgendwie liegt. Aber man merkt, dass die Elo schon härter geworden ist. Ich mein... Ach, hat mich der Dreck noch erwischt. Er hat mich er mischt. Hä? Oh, come on. Wenn das passiert... Sowas ist halt... Was? Wirklich ärgerlich. Ach, come on. Das war wieder kein Erfolgserlebnis. Naja. Geht halt nicht immer. Minus 5 ist verkraftbar. Es kann auch sein, dass das für mich so wirkt, weil... Viele jetzt wieder einranken, ne? Und auch höhere Charaktere haben. Die Elo muss sich erst wieder anpassen. Weil jetzt Season 4, die Elo, hat sich ja schon sehr gut angepasst. Am Anfang einer Season ist immer so ein Durcheinander. Da spielen die Guten gegen die Schwachen, die Schwachen gegen die Guten. So, das ist alles durchgemischt halt, ne? Schau mal, wie es in ein paar Wochen ist. Aber es macht trotzdem Spaß. Ey, ich seh nicht, Seider. Was ist denn das schon wieder für ein Größe-Möße, oder? Hat er sich die Bombe aufgehoben? Das gibt es nicht. Ah, dein Prinz commandt euch! Was bedeutet das? Was? 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 Was ist wie besser, was?! How huge ist das Fahrrad damit?" Ah, schade. Schade, schade. Willkommen zurück, Paddy. Wenn die Guten gegen die Schwachen spielen, spielen die Schwachen automatisch gegen die Guten. Absolut korrekt, ja. Das ist absolut korrekt. Was war das denn schon wieder für eine Lobby? 35er, 40er. Heiliger Lederlappen. Yes. Rank 20. Da kommen die Eisblöcke. Wunderbar, 159 wieder. Mmm, es ist der Tag der Krönung. Danke Inselmensch fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht. Wir hatten echt coole Runden. Da waren echt sehr coole Runden dabei. Sehr spaßige. Und ein paar Grüßi-Müßi hier unten. Ein paar Grüßi-Müßi waren auch dabei. Lederlappen. Mit Ä. Mit Ä. Lederlappen. Das heißt auf Schwedisch Batman. Genau, genau so. Genau das. Der heilige Lederlappen. Die Fledermaus heißt das übrigens. Es passt super gut eigentlich. Es passt einfach so gut zur Fledermaus. Wenn du so eine Fledermaus siehst. Eindeutig Lederlappen. Warum heißt es eigentlich nicht? Auf Deutsch auch Lederlappen. Eindeutig ein Lederlappen. Würde ich jetzt sagen. Würde man mich fragen. Würde ich das so sagen. Gut. Nehmen wir Jasmin. Ich will Brot. Ja. Gib mir das Brot. Aufgeladene Fertigkeit. Drei Fertigkeiten. Drifter für insgesamt drei Sekunden. Okay. Lederlappen. Heißt Fledermaus. Und N dran ist dann die Fledermaus. Stark. Fack. I understand. Da 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 da. I wonder if this can go faster than carpet. Fynn. Barsống. �을. Barsống. Barsống. Barsbolt. Barsống. Bars張. Barsống. Bars City. donors. Barslia. Bars somos. Bars. Bars Verein. Oh, Raja, ich brauche Hilfe. Raja Binks. Mein Leibwichter. Oh, 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 oh. Das schreibt mir immer Kazuma im Sommer. Wenn ich sage, mir ist zu heiß, dann haut er den Sound immer raus. Dann sagt er immer, Domi, vielleicht den Hoden sack in kaltes Wasser hängen. Soll angeblich helfen, gegen Hitze. Ich weiß es nicht. Okay. Liebe Leute, ich glaube wir sind fertig für heute. Na klar. Ich jeden Tag in der Früh, wenn ich aufstehe. Zumindest schau ich so aus. So, gut. Ich glaube wir sind fertig, ja. Nein, wir sind nicht fertig. Oh, da hätte ich fast glatt was vergessen. Verdammt. Wo mache ich denn das am besten? Geht private Strecke, wenn man das macht? Nein, wahrscheinlich nicht, gell? Wo könnte ich denn Balou jetzt spielen? Da geht nichts. Verdammt. Vielleicht hätte ich Balou auswählen sollen. Kann man das vielleicht nochmal machen? Ah ja, hier Season Tour geht. Würde gehen, gell? So, ein Balou, ein Balou-Rennen machen wir noch. Eine kleine Ehrenrunde. Oha. Roland will's wissen. Dieses Lied. Oha. 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 Ich glaube, das ist das Lied, ey. Das gibt's ja nicht, Roland. Hat das schon wieder gewonnen. Schon wieder sagt er, jetzt dreht er was am Glücksrädchen. Ja klar, jetzt in diesem Moment drehe ich gerade, ja. Speedstorm wurde, by the way, in den Steam Awards für Best Soundtrack nominiert. Das habe ich auch schon gehört, ja. Habe ich auch schon gehört. Hey, Servus, Servus. Ahoi, ahoi. Jawohl. Jawohl. Genau das wollte ich forcieren. Genau das. Sehr gut. Wunderbar, wunderbar. Jetzt schaue ich noch etwas, wenn mich interessieren. Hm. 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 Okay, bei ihm brauche ich noch, brauche ich noch ein paar Scherben. Den kann ich nicht hoch machen. Den kann ich nicht hoch machen. Sie habe ich auch nur auf zwei. Und sie erst auf eins. Olaf ist auch auf zwei, tatsächlich. Okay. Habe ich bei Hans schon drei? Was zur Hölle? Hans OP. Hans OP. Gibt es alle Disney-Figuren? Es gibt einen Haufen Disney-Figuren. Aber alle gibt's nicht. Aber es kommen stetig neue dazu, also. Das ist wirklich, das ist wirklich heftig, wie viele Charaktere ständig dazukommen. Also, als ich angefangen habe, gab es vielleicht ein Drittel davon, von den ganzen Charakteren hier. Das ist der Nüber. Für was es wert ist, ich komme sehr hoch. Was willst du? Ich komme immer, um zu gewinnen. Ich werde nicht von niemandem fahren. Ich werde, was ich kann. Ich habe ein gutes Frühstück und... Oh! Sind wir heute heute? Desperate-Times-Koll-For-Desperate-Rund. Alter, es gibt wirklich sehr viele. Hier der Ultra-Chat. Der Ultra-Chat. Mit dem Ultra-Instinkt. Es gibt Hades, ja. Bester Bösewicht. Hades war super. Katakalo gibt's. Ja, den alten Katakalo, ja. Also Dampfschiff-Katakalo. Aus 1911. Ist jetzt irgendwie geraten, aber... Ich weiß nicht, 1920 oder sowas. Der alte Katakalo. Also nicht aus Goofy und Max. Olaf, neun dazukommen. Und die kommen auch noch hier. Oswald. Wally. Und Hortensia. Die kommen jetzt mit Season dann. Bin ich gespannt. Einer unserer Kater heißt Hades. Das ist ein cooler Name. Cooler Name für den Kater. Das passt. Ist er auch noch, äh... Sieht auch noch böse aus. Der andere heißt Loki. Hades und Loki. Stark. Wally ist der coolste. Da bin ich sehr gespannt, was der kann. Kann man sich das schon anschauen? Was der kann? Warte mal. Ich meine, man wird ihn sicher schon fahren können. Ups. Das war das Falsche. Kann ich noch nicht. Lass mal sich überraschen. Bei Hades habe ich mich auch überraschen lassen. 1927. Im Shop gerade. Darmstift Kater Carlo und Mickey Mouse. 1927. Skins 100 Jahre. Was? Skins 100 Jahre? Wo denn? Bei mir nicht. Ah, oh ja, hier. Anzug von Dampfschiff Kater Carlo. 100 Jahre. Feier Platin. Naja. Warte. Warte. Aber ich sage mal so. Ich glaube, das ist billiger als wie in Diablo. Ich meine, ich würde sie mir nicht kaufen. Keine Ahnung. Dafür gefallen sie mir nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Komisch. Domi. Immer dieser kleine Seitenhieb gegen Diablo. Das muss ich einfach machen. Lass die Diablo 4 in Ruhe. Wir machen wieder 10 Kisten auf. Ich habe schon wieder 36k. Machen wir wieder 10 Kisten auf. Ich könnte theoretisch auch alles öffnen. Aber machen wir es vereinzelt. Das ist ja toll. Das ist wirklich toll, ja. Mal ein Spruch. Das ist ja toll. Oh. Nice. Habe in Diablo 4 360 Euro in Skins gesteckt. Ruhe da. Ach du Scheiße. Das ist eine Menge. Das habe ich schon. Das hat Familie. Okay. Irgendwie muss das die kleinen Diablo 1, Diablo 2 und Diablo 3 Mäuler doch stopfen. Okay. Okay. Nanananana. Oh. Wieder was Neues. Ein Spruch. Ach. Daumen nach oben. Irgendwie cool. Cool. Schwarzes Herz. Oh. Cool. Für Jafar. Die. Wo machen wir noch 2 auf. animation muss man kurz schmerztabletten nehmen hab glaubt vor allem beim nordic es richtig blöd rumgelungert am sofa ziemlich rückenschmerzen so einseitig jetzt was so fokussiert auf das spiel dass du gar nicht gemerkt hast du schlecht bist ich werde alt glaube ich das werden wir alle das werden wir alle so das war es eine sache möchte ich noch anschauen wo sind wir da sind wir wieder 182 ich bin wieder ein bisschen runter es ging schon wieder ich war schon 170 irgendwie so beim letzten mal jetzt bin ich wieder ein bisschen ab abgedriftet gegen ihn bin ich auch oft fahren titanosaur er hat immer hardes gespielt weiß ich da 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 drog sie sagt mir was auch schon oft rolle raupe sich auch sehr oft ihn hier auch McNougat auch schon ein paar mal gegeneinander gefahren super duper Spin ist da what da ist auch direkt im Chat stark 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 aber ich glaube wir sind noch nicht obwohl kann es sein dass wir gegeneinander gefahren sind kann schon sein dass wir paar Runden hatten super duper Trillian auch oft auch sehr oft gegen ihn fahren Bossi selbstverständlich Asislight haben wir auch glaube ich schon ein paar mal Big Boba ich glaube der war auch bei uns mal im Chat ja 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 viele bekannte Namen die man schon im Rennen gesehen hat so liebe Leute das war es aber auch schon für Disney's Bison morgen geht es wieder weiter jetzt wechseln wir Spiel hat wieder Spaß gemacht hat wieder Spaß gemacht